Ne, der ist da reingefahren. Ja, Scheiße, Baum ist gleich schuld. Nein, hey Baum, Baum, Laub, nein, warte, ich schreibe ihn an, warte, 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 Ah, hier, da weg. Hey? Lauf da weg. Jetzt bist du bestimmt verhaftet gleich. Nein. Das ist wohl so. Der schont sich das Ding an. Bewegt dich nicht oder so. Gut, hier kommt das einmal hier. Ist er einmal da reingefahren? Ja. Er sieht das aber. Also passt. Oh, der hat das auch wegnehmen können. Er hat das wegnehmen können. Er kann ja nicht verweiten, dass wir es können. Ja, meine Freunde. Jetzt kommen wir aber wieder zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Kommentieren und abonnieren. Nicht vergessen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein.